Champions League Riesenjubel bei RB Leipzig Am dritten Spieltag der Champions League-Gruppenphase feierten die Sachsen ihren ersten Sieg und warten so die Chance aufs Achtelfinale. Der Tabellentritte der Bundesliga setzte sich am Dienstagabend in einem mitreißenden Spiel mit 3.2, 3.2, gegen den 27-maligen protugiesischen Meister FC Porto durch. Kapitän Willi Orban, 8. Minute, Emil Forsberg, 38. und Jan-Kevin Augustin, 40. erzielten vor 41.496 Zuschauern die RB-Tore, für die Gäste trafen Vincent Abubakar, 18. und Ivan Markano, 44. Mit vier Punkten zogen die Leipziger, bei denen Torjäger und Nationalspieler Timo Werner in der 75. Minute eingewechselt wurde und erstmals seit dem 26. September wieder zum Einsatz kam, an Porto, 3, in der Gruppe G vorbei und ist jetzt Zweiter. Mit einem sollte RB-Trainer Ralf Hasenhüttl falsch liegen. Fußballkino wie beim 3.2 beim BVB am Samstag hatte er nicht erwartet. Es kam anders, es wurde spannend, dramatisch, nervenaufreibend. Abwehrchef Orban, der neben Forsberg im offensiven Mittelfeld und Lugesklostermann auf dem rechten Verteidigerposten in die Startelf zurückgekehrt war, grünte zunächst den beeindruckenden Beginn der Hausherren in der Red Bull Arena. Nach einem Distanzschuss von Leipzigs protugiesischem Neuzugang Brummer verpasste erst Augustin den Abpraller von Porto-Keeper Jose SA mit Akut. Orban, der beim Brummer Schuss im Abseits gestanden hatte, bei Zersteller an Schuss den Ball mit links ins Netz. Wie schon beim Heimspielauftakt in der europäischen Meisterklasse gegen die S Monaco gelang dem Gegner aber nicht viel später der Ausgleich. Dazwischen lagen diesmal aber viel zu viele wertspierende Möglichkeiten gegen verunsicherte Geste. Die beiden Viererregel in der Abwehr und im Mittelfeld waren für die offensiv ausgerichtete Kreativabteilung des deutschen Wissemeisters nicht wirklich ein Problem. Das Tore schießen schon, da nutzten auch phasenweise 72% Ballbesitz nichts. Mehrere Male versuchte es Augustin vergeblich. Nach einer spektakulären Finte, mit der er gleich zwei Protugiesen ins leere Rutschen ließ, scheiterte er, in der Mitte stand der aufgerückte Klostermann einschussbereit. Forsberg, der immer wieder im Mittelfeld mit Raffinesse die Porto-Riegel knackte oder der nicht minder starke Sabitzer, auch sie vergaben gleich mehrere Gelegenheiten. Zumeist konnte ein Porto-Profi oder Schlussmann S.A. mit Akut, der den Vorzug bekam vor der spanischen Keeper-Ikone Edgar Casillas, irgendwie klären. Porto erwies sich in der Offensive als effektiver. Ein langer Einwurf, zwei Verlängerungen per Kopf und ein Drehsus mit links von Abubakar, Tor beim ersten Versuch. Ein bisschen musste das junge RB-Team den Ausgleich verdauen, mit einem Doppelpass Deluxe gelang Forsberg nach Vorlage von Sabitzer aber die erneute Führung. Jetzt lief's wieder, und auch die Abschlussschwäche schien passe, Augustin nutzte einen kapitalen Fehler von Marcano zum 3-Doppelpunkt-1 noch vor der Pause, drei Tore kassierte Porto bisher in acht Spielen in der Meisterschaft zusammen. Von Beruhigung aber keine Spur. Porto nutzte Chance Nummer drei, gegenüber 14 der Leipziger, zum zweiten Tor. Marcano bügelte seinen Riesenpatser aus, die RB-Defensive gab wieder kein gutes Bild ab. Auch nach dem Wechsel stand Marcano im Fokus, nach einem Schuss von Naby Keiter und einer Abwehr von SA mit Akut rettete er mit einer Grätsche vor der Torlinie, 62.10 Minuten später vergab Keiter aus guter Position und schoß knapp über das Tor. Eine Viertelstunde vor Schluss brachte Hasenhüttl dann Werner, der zuletzt wegen Problemen mit der Halswirbelsäulenmuskulatur pausieren musste. Statt die Defensive zu stärken, wollte der Leipzig-Coach die Entscheidung. In der 83. Minute scheiterte Werner nach einem Dribbling an SA mit Akut. So mussten die Gastgeber am Ende nochmal zittern. Porto stärmte sich gegen die Niederlage und verstärkte die Offensive, Leipzig wehrte sich und überstand auch die dreiminütigen Nachspielzeit schadlos.